Erst einmal, ist es okay, nicht vegan zu sein? Ist das okay? Ich meine, in der Sicht ist es okay. Was ist die Rechtfertigung für diese Gewalt? Wir sprechen hier nur von Gewalt. Es ist Gewalt. Aber es geht ja nicht darum Gewalt, es geht um viele verschiedene andere Dinge. Es passiert ja Gewalt an den Tieren, weil Menschen Tierprodukte kaufen, Menschen wie du. Weil Menschen in den Zoo gehen und Tiere unterdrücken. Trotzdem könnte ich jetzt auch sagen, es passiert so oder so Gewalt, wenn Tiere sich gegenseitig essen. Ja, das ist mir klar. Du hast einen moralischen Kompass im Gegensatz zu diesen Tieren. Das ist das, was uns angeblich höher macht als alle anderen Tiere. Du musst nicht handeln wie ein wildes Tier und es ist ethisch nicht vertretbar, wenn du einen moralischen Kompass hast, das zu tun. Ansonsten kann ich auch sagen, ja, Tiere vergewaltigen sich auch gegenseitig, also gehe ich jetzt Menschen vergewaltigen. Das funktioniert nicht.